Der Ordin Outdoors Kocher Rugged Multifuel ist ein Allrounder unter den Kochern. Neben dem empfohlenen Rheinbenzin sind auch normales Benzin, Kerosin, Petroleum und im Notfall auch Diesel für die Nutzung des Kochers geeignet. All diese Brennstoffe sind weltweit verfügbar, weshalb der Rugged Multifuel besonders unter Welt- und Langzeitreisenden beliebt ist. Für Orte an denen Gaskartuschen zur Verfügung stehen wird ein hierfür passender Aufsatz mitgeliefert, was ein komfortables Wechseln des Brennstoffes ermöglicht. Nachdem überprüft wurde, ob alle Dichtungen in gutem Zustand sind muss mit der Pumpe Druck aufgebaut werden. Durch diese wird das Benzin zur Brennstelle des Kochers befördert. Nachdem der Multifuel Kocher kurz vorgeheizt wurde, kann die Brennstoffzufuhr langsam erhöht werden. Mit einer Leistung von 3500 Watt ist ein extrem zügiges Kochen möglich. Kurz bevor der Kochvorgang beendet werden soll, muss die Flasche lediglich mit dem Regler nach oben gedreht werden. Sobald das restliche Benzin aus der Leitung verbrannt ist, erlischt die Flamme.